Vielen Dank nochmal, dass Sie uns bei der Energiekarawane so gut unterstützt haben. Ein paar Fragen habe ich dann allerdings doch noch. Können Sie mir nochmal sagen, was genau ein Balkonkraftwerk oder auch Steckersolargerät ist und wie viel kostet das für gewöhnlich? Ein Balkonkraftwerk oder auch Steckersolargerät genannt, besteht in der Regel aus ein beziehungsweise zwei PV-Modulen, steckbaren Verbindungsleitungen und einem Modulwechselrichter, der eben hinter einem Modul gehängt wird. Die Photovoltaik-Module erzeugen mit Hilfe von Sonnenlicht einen Gleichstrom. Dieser Gleichstrom wird dann im Modulwechselrichter in einen für den Haushaltsstromkreis passenden Wechselstrom umgewandelt und über eine Einspeisesteckdose dann dem Haushaltsstromkreis zur Verfügung gestellt. Die Kosten belaufen sich ungefähr auf 1000 Euro für eine Steckersolargerät. Das kann man sich also eigentlich ganz gut leisten. Welche Leistung darf aber ein Balkonkraftwerk maximal haben und warum? Genau, also bei einem Balkonkraftwerk sollte man darauf achten, dass man eine wechselrichterseitige Ausgangsleistung von 600 Volt Ampere nicht überschreitet. Das hat einfach den Hintergrund, dass man sonst das Steckersolargerät nicht vereinfacht beim Netzbetreiber anmelden kann. Also dann wird eine Anmeldung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb gefordert. Das sprengt natürlich die Kosten und das will man auf jeden Fall vermeiden. Also 600 Volt Ampere nicht überschreiten. Wechselrichter ausgangsseitig. Und damit kann man dann wie viel Strom produzieren? Bei der Stromproduktion hängt das natürlich von verschiedenen Gegebenheiten ab. Also das ist einmal, wo bringe ich die Module an? Was ist die Ausrichtung? Was habe ich für einen Sommer? Dann ist es natürlich der Neigungswinkel interessant. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man ein Steckersolargerät 90 Grad ausrichtet Richtung Süden und es an einem Balkon zum Beispiel anbringt, dann kann man davon ausgehen, dass man 400 Kilowattstunden Strom damit jährlich erzeugen kann. Sie haben gerade eben schon von der Anmeldung geredet. Wie funktioniert das genau? Genau, die Anmeldung ist in der Regel ein PDF, was man sich beim Netzbetreiber runterlädt. Da muss man dann die ganzen Daten des Steckersolargeräts eintragen. Man muss Zertifikate dem Netzbetreiber zusenden und dann akzeptiert der in der Regel auch die Anmeldung, wenn alles halt vorschriftsmäßig aufgebaut ist. Zusätzlich muss man das Ganze noch beim Marktstammdatenregister anmelden. Dazu muss man auf die Internetseite des Marktstammdatenregisters gehen und dann da eben auch die Daten nochmal eintragen. Beides dauert in der Regel eine halbe Stunde und ist nicht so aufwendig. Das ist ja gut eigentlich. Und was kann ich in meinem Haushalt eigentlich durch das Steckersolargerät versorgen? Genau, also durch das Steckersolargerät kann man erstmal auf jeden Fall die Grundlast abdecken. Also das bedeutet alle Stand-by-Geräte und alle die Geräte, die dauerhaft an sind. Das ist zum Beispiel ein WLAN-Router oder halt ein Kühlschrank, der halt in dem Moment gerade kühlt, beziehungsweise wo der Kompressor halt gerade an ist. Und alle Geräte, die halt so in diese Richtung gehen. Zum Beispiel, was ich damit nicht versorgen kann, ist ein Föhn, der jetzt 1800 Watt hat. Den kann man halt nur teilweise versorgen werden. Und wo kann ich dieses Balkonkraftwerk eigentlich genau anbringen? Anbringen kann man das mehr oder weniger, wo es einem passt. Also kommt halt darauf an, welche Flächen man zur Verfügung hat. Oft wird es am Balkongeländer angebracht. Natürlich mit einer entsprechenden Halterung am Balkon. Man kann das aber auch, wenn man jetzt eine Gartenfläche zur Verfügung hat, wo halt gerade zum Beispiel wenig Verschattung vorliegt, das Ganze auch im Garten anbringen. Also da sind tatsächlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sofern halt man tatsächlich die richtige, ich sage mal, Unterkonstruktion oder Anbringungskonstruktion verwendet. Also da sollte man wirklich aufpassen. Es kann sehr gefährlich werden, wenn diese Module zum Beispiel falsch angebracht sind und dann ein Modul vom Balkon runterfällt bei stark im Wind. Aha, ja, das wäre echt unschön. Muss ich beim Einbau und der Installation eigentlich noch irgendwas beachten? Oder hatten Sie das eigentlich alles schon gesagt? Genau, also beim Einbau und bei der Installation muss natürlich beachtet werden, dass man eine sogenannte Einspeisesteckdose verwendet. Die ist nach aktuellen VDE-Richtlinien vorgeschrieben. Und man sollte, man muss beim Netzbetreiber einen, zwei Richtungszähler beantragen, beziehungsweise man muss diesen nicht beantragen, wenn man ihn schon hat. Also diese alten Ferraris-Zähler oder in Anführungszeichen alten Ferraris-Zähler, die mit dem silbernen Drehrad, sind für den Betrieb eines Steckersolargeräts nicht zugelassen, weil sie eben den Effekt hätten, dass sie sich zurückdrehen. Und das ist in Deutschland Steuerhinterziehung. Und dementsprechend wird ein Zwei-Richtungszähler gefordert. Der aber auch übrigens von den Übertragungsnetzbetreibern, ich sage mal, es wird ein Messkonzept, beziehungsweise eine Balanzierung gefordert. Und deswegen müssen die Verteilnetzbetreiber sich daran auch halten. Ja, super. Da weiß ich jetzt eigentlich komplett Bescheid. Ich danke Ihnen für dieses Interview und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Jo, danke. Wünsche Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.